Ach komm. Oh, da ist noch einer. Den mal kurz ausknocken. Ah, ist schon vorbei. Ich tue nur das, was ihr befiehlt. Ich werde dir alles sagen. Vielen Dank. Habe ich denn jetzt eigentlich so, ähm, so rote Stellen in der Wange? Oder soll das jetzt vom Eis symbolisieren? Irgendwie so, 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 äh, Gefrierbrand oder so und shit. I don't know, aber jetzt naheliegend so. Da muss ich hin, okay. Ich bekomme das raus. Und dann werde ich dich jagen und dir deine Augen rausschleißen. Äh, okay, okay. Bitte, tu mir nicht weh. Gar nicht nicht garantieren. Ich muss, versprochen. Nee, Leute, ich dachte, das wäre der Beobachter wieder. Hilfe! So. Wo ist der jetzt hin gerannt? Aber eigentlich kann ich den schon lassen, oder? Ich muss glauben, dass du mich gerettet hast. Batman ist hier. Genau. Danke. Also. Zurück zu dem Kack hier. Oh. Bams. Kamera in Sektor 2 ausgefallen. Was war das? Noll. Ja, genau. Das brauchte ich. Also. Ähm, hier unten war irgendwo einer. Da. Nein! Oh, das ist so geil gewesen. Da ist mich da unten rein geflogen. Riddler. Rede. Oh Mist. Okay, okay. Ich helfe ihm nur. Danke für die Hilfe. Ja, ja. Und bei dem Alten da, hier, Rasa Al Ghul, dann auch sagen, ich töte keine Leute. Alter, das macht er sowas mit den Menschen, ey. Holy shit. Oh, warte mal. Ich sehe gerade was. Höher, 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 höher. Hier drauf. Nein. Oh. Genau da drauf. Ja, moin. Da ist das sein, mein Freund. Lass es einfach sein. Ich sehe einfach nichts. Hier ist es doch, oder? Äh, Karte. Noch her, genau. Perfekt. Hui. Okay. So. Vielleicht der Two-Facts wieder da. Das wäre ja auch mal schön. Ich meine, haben wir lange nicht mehr gesehen. Peng, Peng, Ruhe im Gerichtssaal. Oh. Ich sagte es doch. Two-Face will, dass wir ihn im Auge behalten. Batman darf ihn nicht kriegen. Du hast mit Two-Face gesprochen? Wo ist er? Das ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen nur wissen, dass wir diesen Trottel im Auge behalten sollen. Was hat er getan? Keine Ahnung. Der Boss weiß es. Er hätte es dir gesagt. Hat er aber nicht. Also, es gibt keine Verschwörung. Wir sind ein Team, richtig? Wir arbeiten zusammen und tun, was uns gesagt wird. Ich schätze ja. Hä? Wer ist das? Warum ist der da unter dem Boden? Der sieht man, oder? Irgendwann alle vier Unbewaffene. Der ist ja witzig, ey. Dann einfach nur drauf. Heute Nacht wirst du sterben, Batman. Geh mir aus dem Weg. Oh, das war kritisch. Du wirst sterben, Batman. Daneben gesteppt. Und auch her. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Woher? Ich meine, natürlich. Woher? Der Typ kann auch mal da hinten richtig chillen. Ich bin doch fällig. So, Keule, jetzt zu dir. Er gab dir die Schuld für alles. Ich gebe mein Bestes. Er meinte, dass ich dir was ausrichten soll. Er war da sehr, sehr deutlich. Es sind nur ein paar Zahlen. Zwei, sieben, fünf. Zwei, sieben, fünf. Drei, zwei, fünf. Keine Ahnung, was sie bedeuten. Das klingt nach einer Funkfrequenz. Äh. Was ist jetzt wichtiger? Unten oben, also unten rechts oder rechts links? Ich mache einfach mal. Äh, zwei, sieben, fünf habe ich hier. Warte, ihr habt es gleich. So, und jetzt noch nach unten. Endlich. Ich werde meinen Teil der Vereinbarung jetzt wohl erfüllen müssen. Ein Rätsel für die Fledermaus. Kannst du es lösen? Na klar. Hast du rausgekriegt, was die Zahlen bedeuten? Ja, es ist nur eins von Riddlers Spielchen. Er hat ihnen was gegeben, oder? Ja, ist nur ein Kästchen. Keine Ahnung, wozu es gut ist. Ich komme schon dahinter. Sie sollten zurück zur Kirche gehen. Da sind sie sicherer. So, Abfahrt, Junge. Okay, das zählt nicht. Peng, peng, Ruhe im Gerichtssaal. Ich dachte, der Einschuss da ist eindeutig. Aber liegt hier noch eine Waffe rum, oder so? Na gut. Ich größe dieses Rätsel. Wenn du mich kennst, willst du mich teilen. Doch wenn du mich teilst, verschwinde ich. Was bin ich? Das ist doch ganz klar ein Geheimnis. Nur wie drehe ich das rechte? Äh, ah, okay, so. So? Können wir es noch beachten? Achso. Toll, Dark Knight. Du hast es geschafft. Wie ein Kind, das seine ersten Schritte macht. Ich sollte dieses Wunder honorieren, indem ich dir den Aufenthaltsort von einer Person aus dem Ärztestab verrate, die verzweifelt um Hilfe schreit. Ja, klar. Ja, ganz nett. Oh, ich laufe nur hin und her. Was ist denn das Rode? Hallo? Achso. Krass. Also, aufgedeckt. Riddler treibt in Arkham City sein Unwesen. Er hat die Wachen aus der Kirche als Geiseln genommen. Soweit ich mich entsinnen kann, saß er, seitdem sie die Polizei von Arkham Island aus zu ihm geführt haben, in Haft. Was will er? Rache. Er übermittelt mir Frequenzen und gab mir ein kleines Gerät, mit dem ich seine Rätsel dekodieren kann. Sie führen zu bestimmten Punkten auf der Karte von Arkham City. Ich lasse dich wissen, wie ich vorankomme. Hm. Aber das Rätsel hier interessiert mich noch gerade mal. Also, wo ich noch die Zeit habe. Nee, das war es nicht. Das auch nicht. Aber ich habe ja noch ein paar Stufenaufstiege. Was kann das hier? Erlaubt Codes mit einem Sicherheitssystem schnell zu entschlüsseln. Na, das brauche ich jetzt nicht. Distanzerweiterung ist auch nicht schlecht, aber brauche ich es auch nicht. Ah, da kann ich es quasi so aus der Maschine rausschießen, sozusagen. Bin ich fertig? Nein, da bin ich nicht. Ich will das alles, was neu ist, erstmal halt. Das triggert mich sonst einfach komplett aus dem Leben. Ähm, die Sachen haben wir noch nicht freigeschaltet. Kampf habe ich eh nur noch zwei. Ähm, Catwoman juckt halt einfach wirklich keinen. Schockwellenangriff. Das war das von oben herabstürzen wahrscheinlich, oder? Äh, da machen wir lieber mal kugelsicher. Ist, glaube ich, ganz innig. Hm. Gar kein Problem. Bleiben wir auch mal da am besten. Gut, da würde ich sagen, gehen wir direkt wieder raus. So. So. Ach, come on. Als ob jetzt das Ding nicht irgendwie was zu tun hat damit. Ähm. Soll es so sein? Ihr auch? Ne. Ich finde aber das cool designtes Haus, dass das auch so Two-Faced mäßig ist. Tut mir leid, Bro. Gehört dazu. Ähm. Was habe ich ja? Achso, wo muss ich jetzt hin? Da hinten hin. So schnüffelt die Fledermaus hier oben. Habe ich ja jetzt gelernt. Ach, ich finde so cool. Ja, weiter gehts. Okay. Wo muss ich denn eigentlich hin? Hallo? Ich jetzt? Da hin schon? Da ist es doch. Hilfe. Das ist mein aktuelles? Ja, würde ich schon sagen. Wo? Da. So cool, Alter. So. Weiter gehts. Mit der Scheiße hier. Riddle Geisel. Let's go. Mhm, 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 mhm. Okay. Da kann ich schon mal nichts machen. Äh. Äh. Das ist genau hier, ne? Ja. Ungefähr genau. Hier. Ungefähr genau. Riddle Geisel. So. So. Was kannst du mir sagen? So. Hoch, hoch, hoch. Dann gehts hier rüber. Boom. Easy. Aber ich glaube, das war jetzt nicht das Rätsel, was ich erledigen muss dafür, dass ich hier reinkomme, oder? Ich habe hier gar keine Hinweise halt. Irgendwas noch bei hier. Äh. Die Geisel vor dem Riddle. Geiseln und die Geisel. Aus dem Riddle Raum. Was ist denn jetzt das hier? Achso, das ist das andere. Hm. Was ist denn jetzt das hier? Achso, das ist das andere. Hm. Versuchen wir doch mal erst nochmal ganz nach oben. Wobei er halt alles hier runter zeigt. Ich melde Störung an Kamera in Sektor 2. Nein. Ich bleibe otro da nach oben. Vielen Dank.